So, und weiter geht's mit Hunt It. Ähm, ja. Hä? Denu? Hallo? Geht doch. Und sie werden dich auch... Au! Wir suchen nach der Tochter des Oberbürgermeisters. Hast du sie unter den Gefangenen bemerkt? Ja, sie gehört damit zu den Ersten, die sie weggebracht haben. Wohin weggebracht? Da lang. Hinunter zu den Tieferen verließen. Sie sagten, sie sagten, sie würden uns an ihre Göttin verfüttern, an die Königin der Dunkelheit. Na dann, viel Glück. Das ist alles? Nach Dyfed geht es da lang. Wir haben den Weg von Varga gesäubert. Es dürfte keine Gefahren geben. Also gut. Was für lausige Helden. Ich glaube, die Stelle kannten wir schon. Hätte ich vielleicht eigentlich... Oh, egal. So. Lass mich durch. So, was denn hier? Ah, das war ja so eine Stelle. Und zwei Kristalle. Arctischabelle 2. Ex-Feuerpfeil. Und... Brauchen wir nicht. Warte mal. Magie. Schmerzsiegel. Äh, ich mach lieber Bogen. Enter. Enter. Keller. Guck mal, dass er denn auch so schön ist. Ähm. Er kann doch gar nicht. Drei. Kurs to dry. Äh, toll. Und dann kann er mal sparen. Und dann geht's weiter. Dann müssen wir hier durch. Keine Deck vor. Und Deliverant, ja. Komm. Komm. Hast du die nächsten Feinde? Na, lass mir ne Maus so. Okay. Okay. Ich hab kein Mana mehr. Ich auch nicht. Na. Na. Ich hab kein Mana mehr. Ich hab kein Mana mehr. Okay. Okay. Ich würde eigentlich können wir das geben, aber naja. Na. Na, ich hab kein Mana mehr. Ah, anscheinend nicht. So komm. Haua. Komm. So. Ich fasse dich Hier, kann ich wieder da mal geben Na komm Nee Du meinst aber auch was denn Du hast im Moment richtig, gerade richtig laut bei mir Aber 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 Ja, hau noch weiter rauf Alter Okay So, geht doch So, einen kleinen Moment mit dem Audio Das gefällt mir gerade nicht so Die Stimme kann eigentlich nicht so bleiben Na komm, so So, ist für mich viel angenehmer Das tat nämlich schon in Ordnung wie Hm Ja Sag mir wie Nee Helft mir doch Das ist was ich wollte Was? Hä? Hm Was ist das hier? Hast du noch so'n Bitte helft mir doch Bitte helft mir Auch da ist es ja Mensch Zack Bitte helft mir Jetzt geht's Die Götter müssen euch geschickt haben Die Götter müssen euch geschickt haben Gesegnet sein sie Ja, ihr liebt's noch mehr zu erzählen Nö Können wir runter machen? Nee, schade Ähm Ach, da sind sie alle Zack War aber Äh, viel besser Ja Schönes kleines Ding Ja, find ich auch Hmhm Nu Ah, will er nicht rüber Nee, nee, nee Wie komm ich da hin? Das ist das erste Mal, dass ich in eine Gefängniszelle einbrechen will Hm Praxikus wie Hm Tja Hier ist ein Schalter Ja, der liegt auf dem Boden Lass mich da runter Sprecher Geist So nahe So nahe Ich wusste hier herunter kommen Den Gerüchten von einer Drachenträne folgen ist riskant Aber hier ist sie Und ich kann sie fast berühren Wenn ich nur hier rauskommen Und in die Mark Deife zurückkommen könnte Ich könnte sie sicher holen So nah dran Gäbe es denn noch was? Oder hat die Tür jetzt hier Öffnet? Was war das denn? Da war nix Ich dachte ich hab was Glitzer ansehen Die gibt mir nix mehr Die auch Da ist sowieso eine Straßenstrinde Vielleicht ging es da weiter Nee Och man Ich will da mal rein Dann muss ich das erstmal öffnen Dann geh mal weiter Wenn nicht dann nicht Hm Jetzt kann er mich nicht Der ist schlechter Jon Ja komm Women Wirklich nicht durch die Wer ist ja hin Das schwimmen Ich glaube jetzt geht kein Werk ab Deine Beine abnaggen Der macht mehr an Wo sei, wo sei, wo sei? Ist er jetzt weg? Gut Komisches Vieh, ey Ähm, natürlich schlechter Was für ein tolles Telefon, was einmal gelingelt hat Extra Sound gemütet, extra dafür Aber naja Was ist das denn hier? Ich will jetzt nicht anschießen oder anschießen Was muss er jetzt? Felsen? Hinten Der helft mir, ja wo denn? Du musst schon schreien und nicht flüstern Wie kommt Hinten 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 Warum wird da eigentlich gelacht? Und warum ist die Self-State? Wow. Na, noch jemand? Nö. Na gut. Äh, soll ich das jetzt... Es regnet. Ähm, soll ich das... Nee, 80 Damage ist natürlich viel besser, aber... Nö, ich mach damit viel mehr. Und ich geh nochmal zurück und geh mal oben lang. Ich kann nicht mehr zurück. Wäre ich oben da gegangen, wäre vielleicht besser, aber... Jetzt ist es zu spät. Aber ich weiß nie, wo richtig der Weg ist. Man kann nie zurück. Das ist ja, was ich liebe. Hm. Wie kommen die Leute weiter, die hier allein reinkommen? Tja, drück den Schalter. Stell dir vor. Also jetzt halt. Stopp. Okay, doch. Du brauchst doch nicht mal alles so ernst nehmen. Geh doch mal aus dem Weg. Geh doch mal aus dem Weg. Geh doch mal aus dem Weg. Geh doch mal aus dem Weg, gehen ja schon. So. Komm. Mach ich ihm so. So. Puff. Wer nicht schauen, weil ich muss wühlen. Hier geht's. Na. Da ist doch was. Oder was. Das ist natürlich nichts. So. Kalt. Ihr seid rauf, lustiges Fleisch. He he. He he. Warte. Du musst doch atmen. Das war's. Lass mich doch mal. Komm, ich zieh dir. Ich treff den nicht. Hey, nein. Oh, da ist der. Und. Ähm. Ich muss nicht weiter. Okay, Doc. Muss das sein. Immer dieses Blut vergießen. Du kleines Schweinchen. Du kleines Schweinchen, ja. Ich bin kleines Schweinchen. Zack. Ich hab schon mal den Tag zu dem Linksvergessen. Ehrlich. Einfach zu oft. Äh, zu wenig. Ich kann mich nicht durch. Oh. Äh. Ich bin kleines Schweinchen.